Und jetzt der HSV um 5 gegen 4 mit Ludovic Reiß, rechte Strafraumkante auf Jatta gespielt, genau perfekt in die Mitte auf Glatzel, ist der Ball drin? Noch nicht, Bobby, was ist das nochmal? Oh, mit der Hacke an den Pfosten und an die Latte. Was wäre das für ein Tor gewesen von Robert Nester Glatzel, ungläubig geht er da mit beiden Händen Richtung Kopf.